hallo und glück auf servus freunde heute ein ganz amtliches review von einem patch vielleicht erstmal nichts besonderes haben viele am rucksack oder sonst wo aber für mich ist das ein besonderes patch weil von denen ich sage jetzt einfach mal von den deuten menschen von denen ich das teil habe die sind es mir auch wert dass ich dieses patch bei mir an meinem rucksack trage ich grüße hiermit natürlich ruhrpott outdoor und zwar die ganze belegschaft wusste ich im vorhinein die hatte ich ja geschrieben dankeschön das patch ist super angekommen ich muss mal das ding ja ich hab das auf stativ richtig der arm ab ja und da habe ich mir gleich gedacht den umschlag mache ich erst dann auf wenn es auch filmisch und für meine memoiren später mal festgehalten wird und ich kenne euch jetzt schon viele 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 jahre das erste video werde ich nie vergessen ich habe mir in die hose gepisst vor lachen wirklich so ein geiles video die jungs sind cool und trotzdem anständig ordentlich so wie sich das hat für buschkrafter gehört und deshalb werden wir jetzt gemeinsam diesen denkwürdigen moment zusammen begehen wenn du Lust hast bleibt dran bis gleich tschau so feierlich wird dieses ganze event in einem schönen Nudeltopf umrahmt und einem schönen kaffee so liebe freunde mein set up steht das Feuerchen brennt so und jetzt kommen wir zum interessanten teil so liebe freunde von Ruhrpott outdoor hier ist er werde ich jetzt öffnen Ah geil super das ist es das ist es das ist es das ist es das Abzeichen das eine Abzeichen feierliche Moment Drei 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 guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo